Film ist eigentlich eine Liebeserklärung an die Dinge, die man abbildet vor der Kamera. Ich wäre in jedem anderen Beruf eine Pfeife gewesen. Gelegt mir, Morscht. Ich kann ihn nur als Filmwahnsinnigen. Es geht ja nicht mehr um Dope, es geht um dein Dope. Wenn dein Dope Film ist, dann wirst du filmabhängig. In den Bergen lagen die Kanonenrohre. Und genau dazwischen, im Niemandsland, da war unser Drehort. Würdest du mit mir anfangen? Was ist denn passiert? Er war immer so ganz nah an einem dran und mit dabei. Die Zukunft. Wir sind die Zukunft. Hopper konnte nicht mehr als zwei Stunden am Tag drehen. Dynamit, dynamit. Wie oft soll ich denn noch sagen? Zieh den weißen Anzug endlich an. In dein Mann, ein Star ist geboren. Er war ein Träumer in Deutschland. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Untertitelung des ZDF, 2020